und willkommen zur letzten map für diese woche von herbertig genau episode 3 kommt jetzt im habe gerade noch meine video die datei entsprechend benannt aber schon wieder vergessen ok schnell weg ich denke wir stehen unter schuss hier aber so hier sind wir einigermaßen sicher werden gucken was hier abgeht auch nur hier wird verarschen kleine letzten mit drei wobei das war ja auch ein secret map da darf man angeben und hier gleich 4 auf einem fleck so müssen wir jetzt hier ist grün hier bringt uns also gar nichts rechts von uns da wurde bloß trich sind diese vier köpfe das heißt wir gehen wahrscheinlich erst man wird noch unten und unten ist jetzt was genau ok und links ist wahrscheinlich das was kommt aufging und unten rechts da ist nur geld aber dann ab nach hause was das für eine map also das ist wie sie mit alter endlich mal eine map die mit schwierigkeit gratis würdig ist erst mal schön alles aufsammeln was geht hier geht's hoch interesting doch noch ein bisschen bfg munition sein darf noch ein paar vögel sein geht doch aber das ist der gelbe schlüssel das war doch klar aber das mit dem einfach immer hin rennen ganz schnell wieder weg rennen funktioniert echt gut also das schöne ist ja das was theoretisch so extrem einfach macht im vergleich zu doom zum beispiel es gibt hier keine hitrunner weil bei doom ist es so wenn da jemand also wenn das ding aufgeht mit den ganzen mini gunnern die treten die wache sofort platt oder wenn da ganz viele stehen hier diese ganzen shot gunner wenn die da überall rumstehen um ein auf einmal denn es auch feierabend kann es nicht mehr machen aber hier dadurch dass es hier keine hitrunner gibt sie sofort treffen sondern die munition von allen bewegt sich braucht also erstmal bis es bei dir ist deswegen kannst du kommst du in jeder situation mit schnell wieder flüchten relativ gut wieder raus das ist eigentlich ganz geil das macht die sache unglaublich einfach okay okay einmal kreisverkehr bitte danke dafür so die frage ist ich sehe gerade sie werden wieder wieder dazu gedrängt die rote munition zu nutzen interessant gibt es noch mehr schalter ach ja hier ist auch noch ein schalter ok also wir können definitiv mehr von der roten waffe verwenden nur bei den gegnern waren wir gerade die grüne munition doch lieber bei denen weiß ich wenigstens schon wie sie reagiert aber wir wechseln jetzt dann mal doch zu der roten zu der plasma flaggen aber kein secret ich hoffe es ja nicht so hier gibt es keine flaggen vier sequels gibt es gerade mal ok so genau hier geht es runter die frage ist kann man das ding einfach nur mal damit sich hier mal so die fluchtmöglichkeiten ausloten kann ne kann man nicht ok ah wird per linendeff getriggert ok dann nutzt ich das ding also als fluchtweg doch oh da geht ja was auf alter ich dachte du bist bereits tot äh lol so weißt du da hätten die gleich den schildern machen können wollen sie gerade sterben dann gehen sie hier rein was zur helle da wird man einfach in den käfig mit diesen sechs köppen äh mit diesen vier köppen geschmissen oh hier ist noch ein schalter ach ne das war die schalter die ich spreche ich bin komplett kürre schon weißt du das sind genau die zellen genossen die du haben möchtest vier so eine köppe die die ganze zeit irgendwelche wirbelstöre von sich geben danke da bücke ich mich ja lieber nach einer seife ernsthaft so wir haben jetzt ein game key gelb war da ab nach japan ja wie du es nicht aber jetzt hier schussbereich der köpfe sein aber alles aufnehmen kann ja nicht kann ja gar nichts schief gehen wenn man einfach mal alles öffnet jetzt ein bisschen dauerfall macht auch mal ganz schön spaß jetzt kommt man so auf das ist hier gar nichts das ist jetzt aber hier nicht und das exit oder weil diese text wird eigentlich beim exit verwendet oder hier 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 gibt es auf jeden fall ein key oh scheiße unsere rote munition ist fast leer vielleicht sollte man doch lieber ein bisschen andere munition benutzen die frage ist von welcher munition gibt es denn hier noch eine menge ähm wie ist aus von der blauen ist doch schon mal ein wort da ist eine tür und eine vogel zusammen kombiniert heißt das die tür hat einen vogel das ist ein bisschen überschaubarer aber wobei das hier hat man auch gut erkannt weil das ding geht wesentlich wesentlich weiter als die dinger vor allem ist es nicht dunkel war er tut mir doch gleich du Arsch ist da was ja klar ist da was ok 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 ich glaube hier hinterher sind doch nur alle sind noch ein paar ja klaut die speicher erstmal schön direkt na klar na ja 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 oh ich hätte schwirke dass das ding hier aufgeht wo kommt jeder her wo kommt jeder her aua wo bin ich hier alter ach aber klar ja Ich schwirre hier aber noch Magier. Wow. Wie gesagt, so viele Sequels gibt es ja überhaupt gar nicht. Von daher brauche ich gar nicht so energisch nach Sequels suchen. Auch wenn sich das hier alles nach Sequels anbietet. Vor allem, da schreit die ganze Zeit auch noch ein Magier rum. Also irgendwo in der Nähe, da ist noch ein Magier. Oh. Oh, oh. Oh, danke. Äh. Ich bin mal kurz etwas länger in Japan. So, nehme ich mal die Waffe hier. Und dann würde ich mal sagen... Ficken wir mal alles in den Hintern, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mach ich bei Frauen immer, funktioniert relativ gut. Danke dafür, danke dafür, danke dafür. Ähm, gibt es noch mehr? Das war's. Really? Ernsthaft? Ne, hier ist noch was. Hä, wer schießt denn hier? Ah. Schau mal, na guck. Wo? Wo? Ach du Kacke, wollt ihr mich ficken? Äh, raus hier. Huh. Oh, wir haben immer noch ganz schön viel Monitur von der Grünen. Gefällt mir. So, jetzt einmal Kreisverkehr. Interessant. Gut, das müssen wir sagen... Ach, siehst du, wir haben jetzt den Grünen Key. Das heißt, wir können jetzt in die grünen eine Tür rein, wo auch immer die ist. Da hinten. Uah. Hallo. Was ritt ihr denn lang, Alter? Was ritt ihr denn da? Oh, jetzt such die. Oh, jetzt. Oh, jetzt gehst du und hier. Oh, jetzt gehst du... Oh, jetzt gehst du ein kürzer. Oh. Wo komm ich denn schon wieder her? Ach von da oben. Ach ne, hier geht es um den Weg. Was ist am besten, wenn man von allen Seiten von Gegner beschossen wird? Einfach wenn irgendwelche Knöpfe drücken. Dann wird es bestimmt weniger Gegner. Ist so eine Faustregel. So, hier waren wir noch nicht. Eine schöne Automap. Gucken wir mal erst mal. Automap sagt Baum. Automap sagt, wir müssen nach... Ach du Scheiße. Wir müssen da noch hoch. Ist das jetzt Exit? Muss man beim Exit nicht immer irgendwelche Türen öffnen? So, als erstes brauchen wir noch ein bisschen Munition. Und zweitens würde ich doch gerne mal bei den vier Köpten da rein. Weil da sagt es zumindest so aus, wenn es da schön viel Boni gibt. Und Boni interessiert mich doch tatsächlich immer. Von daher würde ich mal sagen, verbrauchen wir einfach mal ein bisschen BFG Munition. Klatschen die da alle weg. Und dann klatschen die da alle weg. Gut, zuerst klatschen wir den da oben weg. Einfach, wo der mir kurz auf den Sack geht. Ich glaube, er ist tot. Ja, ich glaube, er ist tot. Nein. Was? Was? Genau. Das da. Genau. Wobei ich echt sagen muss, diese Köpfe sind tatsächlich einfacher zu bewegen, als ich immer denke. Die tun einem quasi immer gar nichts. Also sowieso, wenn man Möglichkeiten hat, sich zu verstecken. Weil die halt relativ träge sind. Das sind so die richtigen Bronis. Oh. Oh. So sind sie alle weg. So, wo war der letzte Teleporter? Ähm. Oh, hier ist noch ein Typ. Okay. Geht einmal rum. Der Teleporter war vielleicht der erste Teleporter, als hier hinten irgendwo. So, dann ging es da irgendwo. Ah, ja. Ich weiß wieder wo. Okay. Dahinter. Okay. Die Frage ist, wie kommt man diese Tür da auf? Äh. Äh. Klar. Schieß einfach mal wieder irgendwo bergenden rum. Meine Fresse. So, renten. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh. Da riecht nicht viel Boni hier, ey. Meine Fresse. Da kommt aber Freude auf. So, müssen wir uns eigentlich überall voll sein, oder? Also erstmal vorne beginnen. So. Gelb ist voll. Grün ist voll. Blau ist voll. Rot ist voll. Ah, hier fehlt noch eine. Die ich gerade verschossen habe wahrscheinlich. Ich hab danach erst gespeichert. Danke dafür. Ich möchte heulen. Einfach so heulen. Einfach. Einfach, weil ich das kann. Einfach, weil ich so dumm zum Kacken bin, ey. Tja. Das wäre jetzt meine. Das war jetzt quasi. Das ist jetzt die Strafe dafür. Dass ich immer nur um Scheiße bauen bin. Na gut. Dann ist das halt so. Dann fehlt mir halt einmal bei der BFG. Alles andere ist aber voll. Äh. Ist voll. Ist voll. Ist voll. Ist fast voll. Ist voll. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen. Ab ins Ziel. Wo auch immer wir rauskommen. Ah. Der gleiche Weg wie wir auch reinkommen. Macht eigentlich Sinn. Aber ich wollte es trotzdem noch mal hinterfragen. So. War hier nur ein VPSG-Mulition. Ich brauche nur noch eine einzige. Bitte. Da kann ich meine Freundin später. Ah. Wie ist da? War alles geplant. Hä? Na gut. Hallo. Hallo. Hat ihr nicht grad nur noch drei? Einfach gehen. Egal. 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 Einfach. Gehen. Einfach. Die Mund halten. Ist doch nichts passiert. Ich weiss gar nicht was ihr alle habt. Schnell weg hier. Sollte mir grad alles zu kurios. Dies stimmt sie war auch noch einmal noch zu. Weg. Ausfeiert. alter gut ich würde sagen das war es diese woche die restlichen zwei folgen zwei folgen war gut das war die 5 6 und 7 und 8 kommt noch für noch drei folgen ja ließ der 30 mit maps also wir sind drei voll nach hinten gerutscht danke dafür ja die letzten drei maps von der episode und den vierten episode gibt es halt nächste woche wenn ich nächste woche immer noch auf bock auf hermetik habe also ich nehme nicht nächste woche auf sondern ich bin es ja wieder ich mache ja gerade aufnahme zu stellen übrigens die erste folge von hermetik also die die ihr vor drei wochen gesehen habt knapp habe ich gerade noch vor zwei tagen aufgenommen ich mache gerade so ein bisschen wo ich einfach gerade bock auf hermetik habe aufnahme challenge aufnahme quatsch auf einem marathon aufnahme marathon das heißt also morgen werde ich dann weiter aufnehmen hermetik haben wir schon drei wochen hermetik heilige scheiße aber wie gesagt vielleicht mache ich das doch wirklich so dass ich zwei folgen pro tag hochlade und dann komplett durch baller also montag bis sonntag weil sie sind folgen pro tag woche da kann sich das echt ganz schön viel aber fünf wochen hat nur hermetik und dann noch mal fünf wochen hexen fünf wochen 2.5 wochen tnt dann haben wir einfach ganzes jahrland vanilla let's plays egal wer ich sehen gut auf dem sinne in dem sind auf jeden fall wann auch immer schau mit v